servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas und ich sitze gerade in der gondel und zwar fahre ich das drei länder enduro race am ration pass und bin jetzt heute samstag bin stage 1 2 und 3 schon gefahren ich bin relativ früh gestartet weil ich ja schon im prolog ziemlich in einem gebüsch oder baum eingeparkt habe war gestern auch ziemlich durch irgendwie visier abgerissen kette unten den rest ins ziel gerannt ja auf jeden fall ultra die schlechte zeit deshalb heute früh richtig früh gestartet genau falls ihr euch auch fragt warum ich auch den letzten drei stages schon ein paar leute überholt habe aber ja liegt einfach daran dass ich so früh startzeit hatte wegen gestern vom prolog aber ist okay ich bin gerade auf dem weg zur heiteralm hoch ich bin schon gefahren am mutzkopf den green trail das war stage 1 dann den bunker trail und jetzt den spin trail also obere unterer spinn vom schöneben von der schöne bahn aus genau und jetzt fahre ich gerade hoch mit der heiteralmbahn dann kommen noch heiteralm trail der golf trail unten und der kreuz muss trail wieder am mutzkopf vorne und dann haben wir es geschafft sechs stages fahren wir heute drei morgen und genau ich weiß nicht wie viele videos das hier gibt ich gucke immer dass ich euch das zusammenschneid dass die videos nicht so lang werden aber ich möchte euch die stages auf jeden fall zeigen genau ganz witzig vor allem weil ich halt leute überholt das ist auch ein bisschen interessanter für euch wie nur geballer klar für mich bisschen tricky aber alles gut die leute sind mega nett machen wir auch platz und so von daher alles kein stress ich würde sagen jetzt geht es weiter oder für euch dementsprechend los mit dem green trail ich habe definitiv definitiv genug gelabert und ruhm ich noch bisschen aus in der gondel bis zur heiteralm ich wünsche euch wie immer viel spaß mit dem video wird sagen let's go oh 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay, too. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Let's go, Fanny! Let's go, Fanny! Right up! Right up! Let's go, Fanny! 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 Das war's. Das war's. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt, ach so! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020